Willkommen im Theater Art und in der Karnevalswelt von Venedig. Die bekannte Operette «Eine Nacht in Venedig» von Johann Strauss wird nur bis am 28. März im Theater Art aufgeführt. Erleben Sie traumhafte schöne Kostüme und grandiose Bühnenbilder und tauchen Sie ein in eine Welt von Träumen und Romantik. Tickets buchen Sie auf theaterart.ch